Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal die Mitgründerin eines Frauenfußballteams sein würde. It's the first goal for Angel City! Viele große Namen. Spielerinnen, Schauspielerinnen. Schaffen Sie es? Was passiert hier? Das ist verrückt. Es gibt keine Anleitung. Wir schreiben sie selbst. Wir werden gewinnen. Wir werden verlieren. Wir werden schwierige Momente haben. Angel City FC. Frauenfußball in prominenter Hand. Jetzt bei Sky.